Willkommen zu Frequent Traveller TV Themenvorschau. Heute am 13. Juli haben wir für euch natürlich auch einige frisch gepresste Themen bei Frequent Traveller TV. Das Thema, was mich persönlich sehr stark interessiert heute, ist das Thema Toiletten in den Kurzstreckenflugzeugen. Wer von euch mal versucht hat, in den neuen A3 2021 oder wie auch immer NEOS auf Toilette zu gehen, besonders im Bereich hinten in den Aft, wie das im Flugzeug heißt, wird feststellen, dass die Spaceflex-Toiletten relativ eng sind. Gerade weil die Flugzeuge längere Strecken fliegen, sollte man da ein neues Augenmerk drauf errichten, neben den Sitzabständen logischerweise. Da werden wir heute Abend drauf eingehen. Die US-Regierung guckt sich das Ganze an. Die beiden Administrationen will da handeln. Hamburg und Düsseldorf, die Flughäfen werden Opfer der Klimaaktivisten. Der Verkehr wurde für mehrere Stunden gestört. Da werde ich heute auch was zu erzählen. Wer es noch nicht wusste, kann bis zu 5 Prozent, wenn er einen Airbus kauft und in Toulouse oder in Hamburg abholt, SAF tanken lassen. Ja, das ist ein Service. Dann haben wir etwas aus der Welt der Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die in skandinavischen Ländern, in dem Fall in Norwegen alkoholisiert, zum Dienst erscheinen. Dort gibt es auch für Fluggesellschaften, die nicht ins Norwegen kommen, Alkoholkontrollen, 60 Tage Knast. Die ganze Geschichte nachher. Dann haben wir ein Flash-Sale bei IHG One Rewards. Und wer hat nicht schon davon geträumt, bei Accor zum Beispiel Platin-Vorteile zu bekommen, auch wenn er keinen Platin-Status hat. Das geht, wenn man, ja, das geht, wenn man bei Accor jetzt bucht für Indonesien und Malaysia. Dann haben wir noch für euch einen W-Zone-Deal. Ich habe ihn gerade weggeklickt, aber ich hole ihn gerade wieder hoch. Und zwar von Frankfurt nach Mauritius für 1.999 Euro in der Bistur. Ich freue mich, euch heute Abend wieder zu sehen bei der frisch gepressten Ausgabe von Frequent Traveller TV um 19 Uhr hier auf diesem Kanal. Kommentiert, Kanal-Like, abonnieren, Kanalmitgliedschaft, Glocke, ach, ihr macht das schon. Also, bis heute Abend. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.